Und damit willkommen zurück zu... Let's play... Der Herr der Ringe! War of the Ring! Ja, wir sind immer noch in dem Level, wo wir gegen diesen absolut krank, unfair starken Ballrock kämpfen müssen. Und wir battlen uns jetzt direkt in diese Richtung vor, da der uns ja nach einer Zeit folgt. Zumindest stellenweise. Wenn der Ballrock dann halt, ja, bekämpft wird und getötet wird, haben wir die Möglichkeit, eventuell zu gewinnen. Aber ich kann jetzt schon sagen, diese Mission ist echt krank schwer, also... Das ist wirklich ein Schwierigkeitsgrad, der ist wirklich nicht unbedingt gerecht verteilt. Ich hab diese Mission noch nie gespielt vorher und... Weiß ich nicht, das ist ein Ballrock, der ist groß und hat 70 Rüstungen mehr. 70! Das muss man sich mal vorstellen. So, weiter auf den Uruk. Ah, perfekt. Jetzt! Skill nutzen! Jetzt auf den Troll, auf den Troll, auf den Troll! Wir haben die Kontrolle über einen platz von Macht übernommen. Achso, Moment, hier. Gimli, der und der Axtwerfer bleiben hier. Hier ist noch das Gebäude, das muss noch weg, damit er keine weiteren Orks baut. Und direkt weg, 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 weg. Ein hübsches Abenteuer. Die Spül'n ignorieren wir jetzt einfach mal. Da ist der Ballrock. Laufen, 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 laufen. Rennt, was das Zeug hält, Leute. Wir werden angegriffen. Das ist schön, wir laufen aber erstmal weg. Ein hübsches Abenteuer. Genau, folge uns. Du verschöndest deine Zeit damit, Ballrock. Wir werden angegriffen. Ein hübsches Abenteuer. Oh ja. Schneller, haltet durch! Die Flacht ruft! So, alle abmurksen. Euer Lager wird angegriffen. Die Flacht ruft! Okay, weiter, weiter. Röber, röber, röber. Fokussierte Angriffe auf die Türme. Ein Lager wird angegriffen. Ein Brauweiter ist dabei? Okay. Okay. Angriff. Habe ich nur noch die Bogen schützengebrüche oder was? Ähm, Hauerwaggen. Heilen. Scheinbar tatsächlich. Schneller, schneller, schneller. Der Ballrock kommt. Der Ballrock kommt. Wir werden angegriffen. Okay, so. Ah gut, der kann da gerne stehen bleiben. Au, 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 au. Davon brauche ich auch schnell welche. Was wünscht ihr? Hier. So. Okay. Keine Ahnung, hat nicht funktioniert. Würde ich mal so tippen. Immer frei heraus. Wir werden angegriffen. Darin. Hier unten hin, hier unten hin. Wir müssen uns beeilen. So. Mein Bogen gehört euch. Einige, blablabla. Mein Herr ist bereit. Gandal zu euren Dienst. Funktioniert offensichtlich nicht, wenn die gestammt wurden. Der Bayrock, der Bayrock, der Bayrock. Schicken wir den mal besser hier hin. Wir werden angegriffen. Ihr müsst weitere Lager bauen. Mein Schwert gehört euch. Schneller! Mach mit Hohangriff. Hoch hier. Schnell, schnell, schnell. Der Bayrock hat jetzt noch massivsten Angriff. Aber ansonsten ist er jetzt eigentlich schon echt hart geschwächt. Und seine Regeneration existiert natürlich noch. Oh Mann. Mein Bogen gehört euch. Na klar. Na los. Wir werden angegriffen. Mein Bogen gehört euch. So. Mein Bogen gehört euch. Zielen! Euer Lager wird angegriffen. Attacke! Mein Bogen ist bereit. Ah. Sehr gut. Ihr Lager wird angegriffen. Da der Bayrock ja jetzt gerade unser Lager auseinandernimmt. Ihr Lager wird angegriffen. Na klar. Bin schon weg. Sofort. Versteckt euch. Tja, wir haben gerade ein Problem, mein Freund. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Mai, Goban. Wie ihr wollt. Wir werden angegriffen. Hm. Der Bayrock wäre jetzt schon zu besiegen. Ähm. Weglocken. Weglocken. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Angriff. Mann, 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 Mann. Attacke. Tötet sie alle. Lass es niemand am Leben. Ah. Heilen, 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 heilen. Wir werden angegriffen. Euer Lager wird angegriffen. Radio. Den Bayrock angreifen und dann töten. Ah. Entscheidet euch schnell. Wir werden angegriffen. Lockt den mal da weg. Euer Lager wird angegriffen. Zu euren Diensten. Ihr habt's in Kontrolle. Die Macht des Bayrocks ist gebrochen. Aber er ist noch nicht besiegt. Ja, nee. Wir müssen diese Bestie vernichten. Euer Lager wird angegriffen. Los, 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 los. Du musst ganz schnell da hoch. Ah. Was wünscht ihr? Euer Lager wird angegriffen. Warum greift der Dingens nicht mehr an? Euer Lager wird angegriffen. Mein Bogen ist bereit. Das Gute ist, solange der Bayrock da beschäftigt ist, können die Bogenschützen den angabeln. Euer Lager wird angegriffen. Gut, die ganzen Bauarbeiter sind da versteckt. Ich meine, wir machen den Bayrock gerade fertig mit meinen normalen Bogenschützen. Euer Lager wird angegriffen. Mein Bogen hat Feuer gefangen. Na, jetzt hat er schon noch so ein Lager zerstört. Das ist natürlich scheiße. Komm, mach den Ball fertig. Perfekt, perfekt. Muckst den Sack ab. Ah. Gut. Ha. Besiegt. Ha, 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 ha. Laufen, 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 laufen. Gut. Jetzt müssen die natürlich nur überleben. Was wünscht ihr? Ich werde gehen. Ich bin bereit. Lass die Pfeile fliegen. Bringt sie um. Leise. Bringt sie alle um. Jawoll. Gut, momentan läuft es echt super, muss ich gerade sagen. Den schicken wir auch nochmal hier runter zur Verteidigung. Ich meine, die Ressourcen sind zwar schon jetzt ein bisschen angeknackst, aber das macht ja eigentlich nichts. Ich denke mal, das wird auch der einzige Bayrock-Sende, den wir hier bekämpfen müssen. Fantastisch. So, jetzt machst du wieder eine Schmiede. Wir brauchen da eine hin. Ja, sofort. Und eine da ein. Dann so. Das ist natürlich jetzt der Mist, wir müssen wieder von eins anfangen, praktisch. Hm. Dürfte aber machbar sein. Bereit zur Arbeit. Ja? So, was brauchen wir denn jetzt? Was wir alles wieder brauchen? Wir brauchen eine Base. Bogenschützen brauchen wir jetzt gerade erst mal keine mehr. Na gut, Leute. An der Stelle werde ich diesen Part auch erst mal beenden. Ich bin nicht mehr. Oh, 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 oh. Banzai. Rest ist ja eigentlich machbar. Heilpower auf ihn. Perfekt. Gut, ähm. Ja, wie gesagt, an der Stelle werden wir den Part beenden. Ich danke für uns fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr auch bei einer nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.